hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren episode star citizen heute mit den q a's den fragen und antworten zur anvil arrow wir beginnen auch direkt mit frage nummer eins und hier geht es um ein missverständnis auf der schiffs übersichtsseite wurde wohl die arrow als stealth jäger bezeichnet das war schlicht und weg ein fehler im webstore das schiff ist normalerweise nur ein leichter fighter hat natürlich aber die möglichkeit komponenten zu verbauen die stealth fähigkeiten besitzen und so könnte die arrow auch als patrouillenschiff eingesetzt werden ohne gesehen zu werden oder natürlich auch einen hinterhalt für feinde vorbereiten aber standardmäßig kommt sie erstmal nicht mit diesen stealth komponenten in der frage nummer zwei geht es ebenfalls um einen fehler und zwar beschreibt die werbung sie ja als sehr agiles und sehr schnelles schiff beziehungsweise sogar als das schnellste und agilste seiner klasse aktuell ist das allerdings im spiel noch nicht so sie verhält sich eher wie eine schildkröte ist das ein fehler oder woran liegt das jahr sagt cloud imperium das ist leider wirklich ein fehler im aktuellen fcs system das heißt also im aktuellen flug modell leider scheint die arrow für diesen fehler besonders anfällig zu sein ab und an behebt das fahrwerk ein und ausfahren diesen fehler aber ansonsten arbeitet cloud imperium daran dass das schiff in zukunft seinem ruf gerecht wird und natürlich sehr schnell und sehr agil wird in der nächsten frage möchte die community gerne wissen wie sich die arrow im vergleich zur gladius oder zur hawk schlägt die ja ebenfalls leichte fighter sein sollen die arrow ist manövrierfähiger als die gladius aber eben nicht ganz so schnell die hawk ist da etwas schwieriger zu vergleichen da sie ja überdurchschnittliche manövrierfähigkeit und geschwindigkeit haben soll jedoch nicht in extremer kapazität daher ist die hawk doch schneller als die arrow damit sie eben auch ihre kopfgelder jagen kann allerdings nicht so manövrierfähig wie die arrow die nächste frage in anbetracht von anwils behauptung dass die arrow der agilste kämpfer seiner klasse sein soll und billiger als die gladius ist und natürlich auch identische maximale hardpoints und komponenten aufweist warum sollte ich eigentlich auf eine gladius gehen wenn ich doch die arrow kaufen kann and will aerospace behauptet dass die arrow natürlich in jeder beziehung der gladius überlegen ist weil sie um einen lukrativen militärvertrag kämpfen das marketing team von anwil würde natürlich gerne behaupten oder behauptet in diesem fall auch dass sie der konkurrenz hier überlegen ist allerdings ist das natürlich nicht ganz so die gladius hat zum beispiel überlegene raketen hardpoints und außerdem natürlich auch ein zwillingstriebwerk also spricht zwei triebwerke anstatt wie bei der arrow nur eins außerdem verbaut anwil eine billigere turmhalterung mit size 1 waffen standardmäßig und benutzer müssen hier teure waffen größere waffen erst dazu kaufen bei der gladius kommt eben eine dicke get link schon direkt mit dazu natürlich müssen wir mal beobachten wie sich das balancing in zukunft dahingehend noch entwickelt das kann sich wie ihr alle wisst ändern aber das sind mal die groben angaben dazu nächste frage in welche schiffe wird die arrow passen wie viele kann jedes schiff tragen zum beispiel die karak die idris der javelin destroyer oder der bangle carrier die arrow wird mit einem recht kleinen formfaktor und klappflügel speziell für den trägereinsatz gebaut jedes schiff das als dediziertes trägerschiff entwickelt wurde kann sie natürlich aufnehmen so zum beispiel die idris der kraken und auch der bangle carrier viele andere schiffe können auch mindestens eine arrow transportieren so zum beispiel der javelin destroyer die in der war entsprechend mit hangar modul natürlich nur die 890 jump und die polaris die klappflügel verhindern ist leider dass sie in einer karak gelagert werden kann da diese bucht speziell für das scout schiff der karak vorbereitet oder gebaut wurde und hier steht das erste mal auch ein name von diesem scout schiff nämlich peisies das ist das astrologische sternzeichen fische wenn ich mich hier nicht komplett irre bis zum abschluss der entwicklung kann hier natürlich nur schwerlich gesagt werden wie viele und ob die arrow in ein bestimmtes schiff passt die nächste frage ist die arrow auf das neue flug modell abgestimmt die arrow wurde im ifcs 1.0 system abgestimmt und gebaut und muss bei veröffentlichung des neuen flug modells auf das neue fcs system konvertiert werden da sein aktuelles handling abgesehen von fehlern für das fertige produkten nicht vollständig repräsentativ ist die nächste frage hat die arrow ein stauraum für persönliche gegenstände wie überlebensausrüstung waffen oder rüstung in zukunft möchte cloud imperium für jedes schiff eine persönliche waffe für den spieler aufbewahren können derzeit erlaubt die arrow diese gegenstände allerdings nicht es ist aber geplant dass es in zukunft einen slot für eine waffe oder ein notfall kit geben wird die nächste frage wie plant cloud imperium ein sinnvolles gleichgewicht für leichte jäger zu schaffen wenn man bedenkt dass die klasse schon jetzt neun schiffe umfasst die arrow die gladius die hawk die aurora die reliant tana die mustang delta die origin 125a die blade und die kartu all die arrow die gladius die mustang delta und die blade sind allesamt eigentlich wirklich leichte kämpfer allerdings unterscheiden sich ihre flug eigenschaften und auch ihre hardpoints die aurora ln und die origin 125a können sowohl fracht transportieren als auch kampffähigkeiten tragen oder haben die hawk kann einen gefangenen transportieren und ein imp zusätzlich laden wodurch sie sich optimal für kopfgeld jagden eignet die line tana ist ein langstrecken kämpfer und zeichnet sich natürlich durch den zweiten sitz aus also sprich es hier multiplayer gameplay möglich und die kartu all ist ein scout schiff das dazu dienen soll schnell irgendwo ein oder auszusteigen und sich durch seine überlegene manövrierfähigkeit anstelle von feuerkraft behaupten soll die kategorie der leichten raumjäger umfasst viele schiffe aber die rolle und die fähigkeiten jedes dieser schiffe variieren cloud imperium hofft dass jeder eine nische für verschiedene spielstile füllen wird die nächste frage welche optionen werden wir in bezug auf das torred auf der oberseite sehen gibt es zum beispiel auch eine möglichkeit eine art storage behälter wie bei der hornet ranzuschrauben aktuell ist der obere turm tatsächlich nur für waffen gedacht sie bringt standardmäßig einen turm mit zwei size 1 waffen mit man könnte allerdings auch eine fixe heißt drei waffe oder eine beweglich aufgehangen ist heißt zwei waffe montieren es ist allerdings nicht geplant dass man dort andere dienstoptionen ranz schrauben kann in der nächsten frage wird es etwas komplex in der schiffsmatrix steht dass die arrow 8 joint manövertriebwerke hat und die gladius hat acht gimbalt aufgehangenen manövertriebwerke jetzt ist die frage was sind denn joint manövertriebwerke also eigentlich ja wie will man es übersetzen gemeinsame oder gemeinsam genutzte manövertriebwerke also ein beweglich aufgehangenes triebwerk hat mehrere schub vektoren während ein feststehendes triebwerk einen einzelnen schub vektor hat also nur in eine richtung strahlt das ist glaube ich mal soweit schon klar ein joint triebwerk ist eine untermenge beweglich aufgehangen triebwerke und bezieht sich auf den bewegungsbereich einige beispiele für beweglich aufgehangen triebwerke die wir verwenden sind gelenk rollen oder flex triebwerke die arrow verwendet joint triebwerke das heißt die triebwerke können ihre neigung in einem 90 grad bogen verändern die aurora zum beispiel verwendet rollstrahltriebwerke die sie in einem 180 grad bogen bewegen kann die hornet verwendet flex strahl triebwerke die in einem 90 grad bogen neigen und gieren können es gibt mehrere konfigurationen von triebwerken diese sind jedoch am häufigsten also ist der hauptunterschied eigentlich zum beispiel zu einer hornet dass die arrow ihre triebwerke 90 grad neigen kann allerdings nicht wie die hornet zusätzlich 90 grad gieren kann die nächste frage sie bitte gibt an welche der komponenten sind zivil industriell stealth performance komponenten oder militärische komponenten beziehungsweise was hat die euro denn auch verbaut und was können wir noch verbauen die arrow kann militärische stealth und zivile komponenten verwenden wird allerdings standardmäßig mit militärischen komponenten geliefert die nächste frage ist sehr spannend für so ein kleines schiff können wir den turm auf der oberseite in ein point defense system verwandeln ja sagt cloud imperium ihr habt computer platinen plätze um diesen turm in einen ai kontrollierten turm zu verwandeln der einem punktverteidigungs system ähnelt auf so einem kleinen schiff verbraucht das aber möglicherweise alle aber auf jeden fall mehr als 50 prozent der platinen steckplätze und man hat entsprechend dann keine anderen upgrade optionen mehr und die letzte frage dieses q&a ist die sehr begrenzte treibstoff kapazität wird daran noch gebalanced oder ist das tatsächlich absicht des entwickler teams cloud imperium sagt ja die euro wurde als kurzstreckenjäger gebaut und dient hauptsächlich als schiff das von einem träger raumschiff operieren soll und entsprechend dort auch aufgetankt werden soll es ist also keine vergrößerung der treibstoff kapazität geplant dass meine lieben freunde waren die q&a zur anvil aerospace aerow die im zuge des anniversary sales 2018 vorgestellt wurde sie ist weiterhin noch im concept zähl ihr habt also noch eine chance das schiff zu erwerben wahrscheinlich noch eine ganze weile ich tippe mal bis mitte dezember vielleicht sogar ende dezember mal sehen sie kostet als warband version 70 euro und 39 cent ich hoffe heute waren wieder einige interessante informationen für euch dabei und ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin wegtreten